Herre, warum bist du von Trottenham zum FC Baden gewechselt? Herre, du hast Thomas Müller schon getroffen, wie war es mit ihm und kann er dir beim Deutsch lernen helfen? Ja, ich habe Thomas gestern kennengelernt, er hat voller Energie und hat mich sehr herzlich begrüßt und hat mich schon nach einer Golfrunde gefragt und das werden wir bald machen. Ja, er hat gezeigt, was er für ein Spieler ist. Er ist einer der größten Anführer in diesem Team und wichtige Spieler und ich freue mich sehr, mit ihm zusammen zu spielen. Und ja, wir spielen gerne zusammen und ich freue mich auf die Spieler, mit denen wir hier bei Bayern sind. Und ich werde Thomas sicherlich kennenlernen in der nächsten Zeit. Bayern war auch an deinem Kumpel Kyle Walker interessiert. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ich habe noch keine Zeit gehabt, mit Kyle persönlich zu sprechen. Jeder Spiel hat seine eigene Gründe und ich werde mich bald mit ihm kurzschließen und werde ihn bald sehen lassen im ersten Monat. Aber er hat entschieden, da zu bleiben und das ist seine Entscheidung. Er ist ein toller Mensch und ein toller Spieler. Und wenn er entschieden hat, in City zu bleiben, dann war das seine Entscheidung. Und dann war das erste Schritt immer wieder auf wie auch. Und dann war das letzte Schritt immer wieder bei uns so. Oder ist das Ding dann. Und dann wo du dich alles in der Tür bilden. Und dann das Ding dann. Und dann! Und dann sagst du das Ding dann! Und dann? Vielen Dank.